Habe die Ehre! Ich bin's, der Bürger! Schon einmal vom Trinity Force des Low-and-Slow-Barbecues gehört, ne? Vor ewigen Dekaden habe ich euch einmal gezeigt, wie man Rippein macht. Das war der erste Teil. Und heute zeige ich dir, wie du die zweite Komponente davon machst in How to Pulled Pork. Also mit dem Grill und ab in Phase 1. Feinste Zutaten und Vorbereitung. Pulled Pork heißt im Grunde nichts anderes, wie du zupfst Schweiners. Dafür brauchst du eine Schweineschulter oder einen Schweinennacken. Ab sofort besser bekannt als FAKKE KNACK! Fragst du eine Metzgerei-Fleischfachverkäuferin des Vertrauens nach einem sauber durchwachsenen 2,5kg Brocker? Der gelang für sechs normale Leute oder für drei verfressene alte Lappen wie mich, die und dein Spezi. Und wenn das Glätschen an der Theken verzückt, OLDER, DAS FETTE GEET DER UM, DAS KONNA KAN MENSCHNITTER FRESSEN, dann hast du genau, nach was du suchst. Unser FAKKE KNACK gehört natürlich hergericht. Und zwar so einfach wie es geht. Nichts mit Zähnfeil schmieren, Opfelsaft spritzen oder sonst irgendeinem depperten Scheißdreck. Alles, was wir brauchen, ist ein Rub. Magic Dust, one for all. Oder ein Pulled Pork Rub, kriegst du in jeder 0850 Grillabteilung mittlerweile. Ich mach's meistens direkt mit dem Pulledad Piggy. Ja, ich weiß schon. Ist schon wieder irgendwie Werbung. Ich will aber weder dafür gezahlt, noch sonst tipps. Was soll ich machen? Irgendwas muß ich herzahlen. HAUS DEI FAKKE KNACK IN A REIN, RUB DRÜBER, SAUBER EINMASSIEREN. HAUS DEI FAKKE KNACK IN A REIN. Wenn wir reichen, haben wir in meinem Advanced-Grillen-Video gesehen. Grillenhorzen, reicher Hützlwasser, Aluschüssel drunter, bisserle Wasser rein und Affe auf den Rost. Das drum grillen wir passiv im geschlossenen Grill bei 120 Grad. Low and slow. Wenn wir Kerntemperatur messen, habe ich euch ebenfalls gezeigt. Thermometer eintroschen, Kerntemperatur ist wieder einmal alles und sagt dir auf den Punkt genau, wann es fertig ist. Bei 92 Grad. Ja, das kann nicht so ganz Zeit dauern. Wir reden da von 10, 15 bis zu 20 Stunden, je nachdem wie fett der Brucker ist. Freund und auch Kasten Bier hergestellt, sonst wird's langweilig. Ja, aber Bier, gell? Geht das nicht auch schneller, wenn ich einen Grill auf 380 Grad holt? Nein! Wissenschaftler bestätigen, dass beim Low and Slow Prozess mit niedrigen Temperaturen das Ferkelgenick weniger Feuchtigkeit verliert und ab 70 Grad das Kollagen im Fleisch zu Gelatine erwirbt. Wo es den weichsten Fleischpatzen dabei ergibt, da kann auch jeder Baby erst zum Heim gehen anfangen. So schaut's aus. Aber ja, es gibt einen Weg, wo es ein bisschen schneller geht. Zeig ich dir in Phase 3. Das dauert mir zu lang. Das Zauberwort ist Hex Hex. Einwickeln. Bevorzugt mit Backpapier. Alufolie teilt auch, aber man munkelt, dass du dann auch wieder deine ganz leicht krebserregenden Eternitplatten vom Schupferdach fressen kannst. Mit folgendem Prozedere ist dein Fuckignack schneller fertig. Du fangst genauso an, wie ihr gerade erklärt. Fuckignack 3 Stunden bei 120 Grad reichern. Außer damit ohne Backpapier einwickeln. Zutacken oder Zurbünden haut da ganz gut hin. Thermometer nicht vergessen, sonst wissen wir nicht, wann es fertig ist. Dann wieder rein in den Grill und auf 150 bis 160 Grad heizen. Durch die Einbacklerei wirst du bei relativ niedriger Temperatur auf 5 bis 6 Stunden fertig. Wenn die Kerntemperatur 92 Grad hat, sind wir fast fertig. Du machst das Ganze drum raus und lässt es heraus nochmal so halber die Stunde, Stunde ruhen. Aber dann, dann kommt da raus der God-Mode Fleischspatzen aus der heiligen Dreifaltigkeit des Low-in-Slow-Grill-Daseins. Wackelst aus, tust es drum in eine Reineleine, nimmst da zwei Gabeln und zupfst das Fleisch auseinander. Und sauber mischen, damit sich da außen gewirzte Teile mit dem Innenleben vermischt. Bam, Alter! Und übrig bleibt der saftigste Fleischhaufen, den du jemals gesehen hast. Traditionell kommt jetzt der Fuck-I-Zupf in einen Burger-Bun mit ein wenig Coleslaw. Das ist ein amerikanischer Krautsalat, mag nicht jeder. Kannst du weglassen oder ein wenig Barbecue-Sauce dazu. Jeder, wie er mag. Einen guten Daddy-Song. Ich hoffe, wir haben jeden so eine Viertel-Liter-Salve gegründet und wir haben ein oder zwei Zelte in diversen Hosen aufgestellt. Wenn es da taugt hat, lasst schnell einen Like und einen Abo da, Glocken nicht vergessen, wo es dasselbe ist. Und ich schlage mir jetzt eine Metzgerei-Fleischfach-Verkäuferin erklären, was ich mit Fuck-I-Knack moin. Haut zu euch rein, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.